Das ist der DT50-2 Pro, unser neuer Distanzsensor. Mit ihm bieten sich in der Distanzmessung völlig neue Möglichkeiten. Im Vergleich zum Vorgänger bietet er mit 10 Metern einen doppelt so großen Messbereich auf schwarze Objekte und das mit einer Reproduzierbarkeit von 0,5 bis 5 Millimeter für ganz präzise Messungen. Ideal zum Beispiel in der Automobilindustrie. Selbst aus großer Entfernung erkennt er, wenn irgendwo ein Schäubchen fehlt. Mit bis zu 3000 Messungen pro Sekunde erkennt er jede Kante. Präzise. Zum Beispiel in der Logistik. Paketreihen schnell gefördert und doch präzise erkannt. Ob klirrend kalt oder brennend heiß. Mit seinem sehr großen Betriebstemperaturbereich kann er beispielsweise in industriellen Anwendungen sogar glühenden Stahl aus sicherer Entfernung zuverlässig detektieren. All das in einem kompakten Gehäuse, was die Einsatzmöglichkeiten noch vielfältiger macht. Zum Beispiel um Roboter-Greifprozesse zu optimieren, Füllhöhen von Objekten oder Schüttgütern zu messen. Unendliche Möglichkeiten haben endlich einen Anfang. Der neue Distanzsensor DT 52 Pro von SIG.